Guten Tag, mein Name ist Alfred Wegner. Ich habe eine Theorie zur Bewegung der Erdplatten entwickelt. Zuerst gab es einen riesigen Urkontinent, Pangea. Pangea zerbrach in zwei Landmassen. Und dann begann die Abtrennung der einzelnen Kontinente. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Du Blödmann, Spinner, du hast jetzt noch Blödsinn. Weg mit dir, auf den Schalterhofen. Ich danke dir, auf den Schalterhofen.